Kommt der jetzt nochmal, der Alter, die gerade zusammengeschlagen hat? Ich hab da auch mal drauf geboxt und dann haben sie mich direkt zusammengeschossen. Hey, look, let's keep it smooth, hom. Man, your pussy the only thing that's smooth up in this shit. Man, what exactly did I do in this ass light for the Zerbo? Oh, man, die Luft geschlagen. This is a routine lick, dawg. Ich bin arg hoch. Scheiße, die Nachbarschaft wurde alarmiert. Äh, was ist? Machen wir noch die Mühe bis wir 40 haben. Weil dann hast du immer 20 Minuten Parts. Äh, ich wollte bis 5 Uhr machen. Auf die Zeit, da kannst du dich nicht verlassen, weil die ist nicht ganz genau. Bis 5 Uhr kann ich nicht sagen, ob ich das schaffe. Alter, bleib liegen. Opfer. Einfach mal wieder in den Alten zusammengeschlagen. Alter, wie ich das Singe einfach schon eiskalt durchziehe. Ja. Ich wollte es einfach schon eiskalt kennen. Boah, ich bin so eiskalt. Oh. Man, your pussy the only thing that's smooth up in this shit. Wee, springen. Wee, springen. Wee, springen. Wee, springen. Ähm, beim letzten Mal hatte ich ja die Große. Bei den Kleinen passiert das. Hey, 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 hold up. It's in one of these lock-up. Bei den Kleinen passiert das echt nichts? Nein. Ein Sofa. Yo, und jetzt passiert die Videosequenz. Scheiß, das ist recht. Und dann kommt der Scheißpaufen. Oh, ich war diese Schlappen. Sicher ist jetzt zum ersten Mal. Diese Schlappen. Diese Schlappe. So. Ordentliche Waffe. Das ist ja ja. Danke, Mann. Fuck, they must've heard some shit. Let's find yourıyor, please. Das ist ja. Glocken. Give them a wrap a hand here, Mann. Get the floor, homie. Ah. Oh. Motherfuckers gotta close in here. Mothan. I'm reloading. Get in behind that truck, homie. God damn. Was ist das Spoko? Ja nicht. Ah, Mist. Was ist das hier? Was? Ich mach noch bis 4. Bis 4? Nö. Olzer! Scheiße! Weil sonst kann ich morgen nicht mehr. Scheiße, okay. Dann nur bis 4, dann müssen wir eh, wir müssen ja eh noch abbauen und scheiß ausgeregt. Hier Mikro, extern und dergleichen. Ja okay, dann machen wir bis 4. Haben wir noch ein bisschen, oder? Wir haben dann noch eine Frühstunde. Jo. Jo. Weil dann können die auch nächste Woche besser wieder aufnehmen. Jo. So, eiskalt. Eiskalt einfach drauf gemacht. Ich bin immer alles kalt. Ich bin immer alles kalt. So, wie ist es so, wie ist es so. Aber diesmal lass ich mich nicht wiederbefahren. Ich hab schon drauf gewartet. Wir haben nichts anders rumgepackt aber auch egal. Das ging jetzt schnell. Ich wollte jetzt, weil wir jetzt nicht so lange aufnehmen, einfach ein bisschen mehr zeigen. Und deswegen dachte ich mir, okay legen wir den einfach mal direkt um. Geht schneller. Und das ist aber dann rausgekommen. Sorry, dass ich jetzt gerade die epische Verfolgungsjagd, die wir im letzten Mal hatten, einfach weggelassen hab. Und auch das epische Ende. Also ich hab mit meinem letzten Mal einfach über den Haufen gefahren in der engen Gasse. Und jetzt sagte ich mir einfach, ey, scheiß drauf, schieß ich mir ab. Aber war doch auch geil. Also war ein guter Schuss, muss ich mir ehrlich sagen. Ja, ich hab drei Schüsse gebraucht. Ja, ist doch... Die ersten zwei gingen nämlich daneben. Mit einer Handfeuerwaffe auf die Infernung war gut. Dafür, dass du Konsolenspieler... Nein! Scheiß! Und die alten noch rumgelegt. Und am Lanternfall... Was gesehen, wie das Gesicht aussah? Ja. Am Lanternfall hängen geblieben und tot. Ich hoffe, wir starten auf dem Motorrad. Bitte, bitte, bitte. Bitte lass mich auf dem Motorrad starten. Ich möchte nicht wieder so viel machen müssen. Weil ich hab den jetzt schon ordentlich vom Bike geholt. Mal ehrlich. Warte mal, da klingt irgendwie, dass ich schon richtig drin bin im Game, ne? Ooooooh! F*** die Wand an! Nein. Ja, nicht selber. Okay, wenigstens sitzt er schon drin. Okay, dann seht ihr vielleicht jetzt doch, wie ich's vermessen hingekriegt hab. Jo, genau denselben Baum wir haben letztes Mal mitgenommen. Genau denselben Baum. Mal ehrlich. Was macht er denn hier für den Scheiß? Da lang, da runter. Der ist da hinten rum, ne? Ob nicht. Der ist da hinten rum. Ich seh's auf der Karte. Ja, ich seh's grad. Ich hab mich eh festgefahren. Alter! Die Karte ist zu beschissen für die Ecke hier. Die Karte ist echt zu beschissen. Ich glaub's nicht. Das war's. Ich komm hier nicht durch. Man, I said, unten, homie. Nigga, I should punch your ass for kicking this shit off. Bike don't mean nothing home. Das ist einfach... Ah, ich krieg's kotzen. Kack, Mischi. Okay, sagen wir's so. Ich mach dann die Mission zahlen und danach rennen wir auf, weil, ey, lohnt nicht. Danach was noch zu machen lohnt einfach nicht. Und jetzt hier bei der Mission so oft verkacken, weil ich einfach... Da haben wir auch einen Beweis. Ich kann nicht bis fünf machen, weil ich verkacke jetzt schon bei der scheiß Mission mit dem Fuck-Bike. Ja. Das ist ja auch einfach ein Vorteil. Merch, das ist eine KI. Okay, merken. Nicht durch die Straße, äh, nicht durch die Seidstraße, sondern über die echte Straße. Für besser. So, und diesmal ordentlich fahren. Ja, das nimm dich ordentlich fahren. Wer geht immer. So, und die Mission aufzufolgen. Jetzt. Nein! Die Seite ist ja gut. Mal aufs Neupositionieren, wie jetzt läuft. Ging auch schnell. Ne. Also für die erste Fahrt ging das jetzt relativ schnell. Ja! Weee! Weee! Wie klein! weil ich möchte Leben! Uh ... das war kniffl Oh du! Fassel! Entschuldigung Never Ever Das ist scheißegal, die Bullen. Ich hatte einfach die Schnauze voll. Einmal einfach rechnen dafür, dass die so blöd im Weg stehen. Einmal einfach. Ich bin so auf der düse, liebe kleine Bürger. Aber diesmal... Nee. Ein Bike abhauen auch noch. Oh Gott, das wird spaßig. Das ist ja fast abgehängt. Ich bin zufrieden. Oh nein, Alter. Das wird nur spaßig. Ja, das wird... Alter, das fährt aus. Da tauchen wir drauf. Autobahn Die ist lustig Ist das da vorne ein Bulle? Das ist da vorne ein Warenbulle Scheiße Dann Profibike Ah ja, der kann ja nicht so einfach ein Weedle machen Danke Bulle, dass du mir Voll im Weg stehst Ich glaub's jetzt nicht Ich stand mit der Bulle voll im Hassgesinn, der mich abgedrängt hat Der hat mich voll ins Auto gelegt Ich dachte allgemein, es heißt verhaften und nicht töten TOT Wir haben gleich vier Uhr Sieben Minuten noch In den sieben Minuten schaffe ich das jetzt Ich verspreche's euch 20 Minuten part Ungefähr eine Stunde schon aufgenommen Heißt denn ja eigentlich, dass ich noch ein paar Minuten hab Gut, die wollen verbracht werden Ich möchte nicht auf den Couch zielen Alter Zieh der Penner erst mal auf den Kerl Das ist das Einzige, auf dass er nicht zielen soll Nein, aber letztens habe ich auch schnell wegschicht, den Bike Ja Ja So, jetzt hier längs Verdammte Hecke Wow Ich würde sagen, wenn wir ihn hier erwischt Oder war das da vorne, da vorne war das nicht Boah, wie weit der noch weg ist Die rolligkehle Das ist ein monster-fuckern-bike-wirscher, stupe Nein Und du willst die Kopfel machen die Kopf abhängen dabei, das wird lustig. Mal gucken wie lange die braucht bis sie merken, dass man hier reinfahren kann. Ich würde einfach weiterfahren, die gucken in eine Richtung. Ist mal aufgefallen, die haben Probleme, sobald man nicht mal auf einer offiziellen Straße ist. Deswegen versuche ich hier gerade jetzt mal durch diese Seitengassen irgendwie was zu regeln. Fuck, sind die gerade viele. Der war jetzt nah. Da ist eine Tankstelle. Oh, wir haben sie abgehängt. Zwei Kilometer. Zwei Kilometer schaffen wir. Auch ohne aufzufallen. Und ohne zu sterben, sofern die anderen Autofahrer nicht vollkommen geschissen fahren. Ja. So wie beim letzten Mal, der eine weiße, der einfach nah an uns gewendet hat. Gut, das war jetzt ein langsamer Unfall, das ging noch. Das nächste Mal bist du tot. Guck mal, wie wenig Energie ich nur verloren habe.